Yo meine Frendinos, was geht ab? Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video hier. Jetzt hat jemand gerade was reingeschickt. Das habe ich schon gesehen, das Monte sagt auch nicht so viel, deswegen nutze ich das nicht. Wir gucken jetzt, warum die WM in Katar verboten werden sollte, beziehungsweise boykottiert. Das Video kam auch erst vor zwei Monaten raus. Es stand die ganze Zeit auf meiner Liste, wir sind nicht dazu gekommen. Stellt euch vor, es gibt Länder auf dieser Welt, die Frauen immer noch nicht gleichgestellt mit Männern ansehen. Stellt euch vor, es gibt Länder, die Homosexualität als Abnormalität ansehen und um Strafen belegen. Stellt euch vor, es gibt Länder, die Sexualität, beziehungsweise allein das Zuneigung zeigen, in der Öffentlichkeit nicht billigen und das sogar bestrafen. Stellt euch vor, es gibt Länder, die nachweislich unmenschliche Bedingungen für Gastarbeiter aus den verschiedensten Ländern haben. Stellt euch vor, dass durch diese Arbeitsbedingungen mehrere tausend Menschen ihr Leben verloren haben und wahrscheinlich auch noch verlieren werden. Und jetzt stellt euch vor, dass 2022 das vielleicht größte Sport-Event der Welt in so einem Land stattfinden wird und die Verantwortlichen juckt es gar nicht. Die WM 2020... Kann ich mir nicht vorstellen, Digga, dass das passiert. Das wäre ja dumm. ...in Katar wird schon seit der Vergabe 2010 immer wieder kritisch gesehen und immer wieder kommen neue Missstände und Skandale ans Licht. Warum die WM 2022 in Katar an sich schon keine gute Idee ist, warum Katar es nicht verdient hat, eine so große Bühne zu bekommen und warum man die Weltmeisterschaft eigentlich boykottieren müsste, das versuche ich euch hier in diesem Video ein bisschen näher zu bringen. Und ich habe wirklich versucht, alles zu recherchieren. Jegliche Gründe, um aufzuzeigen, warum Katar so ziemlich einer der schlechtesten Orte ist, um so ein riesiges Sport-Event zu veranstalten. Aber es gibt wirklich so unfassbar viele Skandale, Probleme und was weiß ich, dass ich mir nicht sicher bin, ob ich zu 100% wirklich alles covern kann. Ich hoffe aber, ich kriege so viel unter wie möglich und allein das, was ich recherchiert habe, sollte schon reichen, um zu zeigen, wie schlimm die Idee von Katar als Ausrichter der WM 2022... Digga, wer bist du? KuchenTV oder was? ...und ich habe wirklich ultra viel Zeit in dieses Video investiert. Die Recherche alleine hat locker zwei Wochen gedauert, deshalb würde ich mich freuen, wenn ihr dieses Video supporten könntet mit einem Daumen nach oben, wenn es euch generell gefällt. Denn natürlich würde ich mich über ein Abo freuen und vielleicht teilt ihr das Ganze ja, um zu zeigen, wie schlimm die WM 2022 wirklich ist. Als allererstes eine Sache, die man schon frühzeitig... Ja, vor allem, ich meine, das Ding ist halt auch, also ich finde Katar, was das angeht, halt sowieso mega weird, weil die bauen halt jetzt diese Stadien für zwei Wochen Fußball oder von mir aus auch einen Monat, mir egal. Und danach werden die halt einfach wieder abgebaut. Das ist kein Spaß, die werden jetzt, die werden hingestellt, komplett modern, alles wird da neu gemacht, für vier Wochen Fußball und danach werden die abgebaut und dann sind die wieder weg. Hä? Es macht halt überhaupt keinen Sinn. Ich verstehe nicht, warum man überhaupt dann da eine WM auslost. Ich meine, vor allem, ich finde, eine Weltmeisterschaft gehört eigentlich eher in ein Land, was auch Traditionen für Fußball hat. Und ich bin auch wirklich gespannt, wie viele Leute da hinreisen tatsächlich. Also, viele sagen zwar, dass sie es boykottieren, aber wie viele Leute dann tatsächlich da nicht hinfahren, ist ja dann immer noch mal eine andere Frage. Es gibt halt viele Hardcore-Fans, die sich das Safe nicht entgehen lassen werden. Bin ich auf jeden Fall echt gespannt. ... dann auch relativ schnell geklärt hat, im Sommer, in den Sommermonaten, im Juni und Juli, wo die WM eigentlich stattfindet, sind es durchschnittlich... Nein, fix, du löscht das bitte. Das ist kein Spaß. Ich melde alle TikTok-Clips, wo ich einfach drinne bin. 41 Grad in Katar. Das Ganze kann bis zu 50 Grad hochgehen. Für Leistungssport auf dem höchsten Niveau natürlich absolut schrecklich. Aber gut, dafür gibt es eine Lösung. Und zwar das ganze Turnier in einen kühleren Jahresabschnitt legen. Gesagt, getan. Die WM 2020 findet also nicht wie jedes andere große Fußballturnier im Sommer statt, also zwischen den Saisons im Juni und Juli, sondern zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember 2022 im Winter. Und das ist zumindest in den europäischen Ligen so ziemlich genau mitten in der Saison. Das ist dann übrigens auch die kürzeste Seite... Du musst mal echt so überlegen, ne? Das wird alles extra so gedreht, dass man eine WM in Katar machen kann. Der WM 1978. Damals waren es 25 Tage. Dieses Mal sind es 28 Tage. Das heißt, mehr Spiele in weniger Zeit, weniger Zeit zum Regenerieren und höchstwahrscheinlich mehr Verletzungen. Dazu kam dann noch die glorreiche Idee, die WM einfach aufzustocken. 48 Mannschaften sollten dabei sein. Mehr Mannschaften, mehr Spiele, mehr Geld. Und zumindest diese hirnrissige Idee wurde dann 2019 offiziell als nicht... Ja, ich meine, vor allem, man muss ja auch mal so überlegen. Also das wird halt... Also Realtalk wird das die schlecht... Ich glaube, die WM wird safe stattfinden. Ich denke nicht, dass da viele Mannschaften boykottieren werden, auch wenn es super traurig ist. Weil eigentlich müsste man da zusammenhalten. Aber es wird safe die schlechteste WM, die wir je hatten. Ich meine, wenn ihr so an Weltmeisterschaft denkt oder so generell an große Fußballturniere, eine Sache, wo ich sofort dran denke, sind zum Beispiel so Public Viewing. So, dass da wirklich einfach Weiße zusammenkommt. Hoffen wir mal, Corona ist da nicht mehr. Weißt du, und jeder tut dann so, als wäre Deutschland ihm mega wichtig. Und jeder hat Fahnen dabei und irgendwelche Schminke und so weiter. Jeder trinkt da Bier. Digga, willst du Public Viewing im Winter machen oder was? Im November und Dezember sind, keine Ahnung, 5, 6 Grad in Deutschland. Wenn du Glück hast, vielleicht mal 8 oder so. Da wird sich keiner hinstellen. Ja, mit Glühwein einfach. Ich meine, währenddessen ist sogar... Das ist ja auch genau die Zeit, wo Weihnachtsmarkt ist. So, da wird sich halt keiner hinstellen und Public Viewing machen. So kann ich mir nicht vorstellen, um ehrlich zu sein. So, und das ist ja in den anderen Ländern, in Europa zumindest, halt ganz genau so, dass das halt echt einfach nicht geil ist, so, ne? Also, das fühle ich wirklich überhaupt nicht, muss ich zugeben. Alter, ja, Public Viewing, Glühwein, gebrannter Mandeln, dann schön auf den Weihnachtsmann warten, noch ein paar Weihnachtseinkäufe nebenbei machen. Es ist so wack, wirklich. Das heißt also, für Bundesliga, Premier League, Serie A, La Liga und ganz, ganz viele andere Ligen umplanen. So umplanen, dass die WM 2022 die Saison am besten nicht unterbricht. Das wird nicht möglich sein. Und deshalb muss man zumindest so planen, dass zwischen dem letzten Bundesligaspieltag oder generell dem letzten Ligaspieltag und dem Anfang der WM noch genug Zeit ist, um zu regenerieren und zusammenzufinden. Und das natürlich nach der WM. Das muss man auch mal überlegen. Ich meine, keine Ahnung, dann hören die bestimmt, kann ich mir vorstellen, zwei, drei Wochen vor der WM auf, also Anfang November. Und dann geht es jetzt Anfang Januar wahrscheinlich irgendwann weiter mit der Bundesliga. Nehme ich mal an, dass die das so planen werden. So, das heißt, du hast einfach drei Monate oder so, komplett ohne Fußball. Und du hast dadurch natürlich auch drei, also dann natürlich noch die normale Sommerpause, die ja auch ungefähr so drei Monate geht. Digga, es ist wirklich, es ist so dumm, wirklich. WM auch noch mal für die Ligen. Wie wird das dann aber aussehen? Eine vorgezogene Winterpause? Was machen dann aber die Spieler, die bei der WM mitspielen? Kriegen die dann eine Extrapause? Was ist mit den Transferfenster? Und sind die kleineren Mannschaften, wo dann keine Nationalspieler dabei sind, nicht eigentlich bevorzugt, beziehungsweise haben die nicht dann einen Vorteil für die Liga, weil die eben eine Pause haben oder durch die Pause komplett mit der ganzen Mannschaft trainieren können? So viele Fragen, zu denen ich irgendwie keine Antwort weiß und die das gesamte Konzept Saison komplett unnötig durcheinander bringen. Aber das ist wahrscheinlich noch das kleinste Übel, was bei der WM 2022 zum Problem wird. Die Probleme gingen nämlich schon während der Vergabe, nein, eigentlich sogar schon vor der Vergabe der WM 2022 los. Am 2. Dezember 2010 wurde offiziell verkündet, dass die WM 2018 in Russland und die WM 2022 in Katar stattfinden wird. Schon am 20. Oktober wurden zwei FIFA-Exekutivmitglieder, die eigentlich zur Wahl zugelassen worden wären, wegen Korruptionsverdacht suspendiert. Und am 18. November, also nur ein bisschen später, wurden vier weitere mit Strafen belegt, wegen Korruptionsverdacht. Am 29. November wird drei weiteren Exekutivmitgliedern vorgeworfen, dass sie in den letzten Jahren Bestechungsklieder angenommen haben. Auch sie werden bestraft und verurteilt. Oder andersrum, verurteilt und bestraft. Trotz alledem findet die WM-Vergabe statt. Und wer hätte es gedacht? Ja, es ist halt so traurig, wirklich. Also du kannst Fußball heutzutage, finde ich, größtenteils echt einfach nur noch wegwerfen. Also ich persönlich zum Beispiel gucke halt so, keine Ahnung, diesen ganzen großen Fußball halt wirklich überhaupt nicht mehr. Mich juckt das alles nicht. Alles einfach nur noch korrupt. Überall geht es nur noch ums Geld. Es ist einfach wirklich so langweilig. Also Real Talk, so die zweite Liga zum Beispiel, ist einfach deutlich spannender und besser anzusehen als zum Beispiel. Gut, die Bundesliga geht jetzt tatsächlich noch. Aber zum Beispiel irgendwie die Premier League oder so. Da bin ich halt, da bin ich raus, Digga. WM 2018 in Russland und WM 2022 in Katar. Beides übrigens Länder, die zum allerersten Mal in der Historie eine Endrunde der WM ausrichten dürfen. Nur vier Tage nach dieser WM-Vergabe werden neue Bestechungsvorwürfe laut. Und zwar dieses Mal gegen FIFA-Vizepräsident Julio Grondona. Der soll 59 Millionen Euro aus Katar bekommen haben. So zumindest laut dem Argentinischen Fußballverband. Im Mai 2011 wird dann zwei weiteren FIFA-Exekutiv-Mitgliedern vorgeworfen, 1,5 Millionen Euro für ihre Stimme für Katar bekommen zu haben. Und es geht weiter. Darf ich den Chat kurz was fragen? Ja. Leute, es ist richtig wichtig. Ich habe gerade einen Struggle mit meinen Schuhen, welche ich für den Urlaub mitnehmen soll. Von schwarzer Seite. Für ein Stück. Welche Schuhe soll ich mitnehmen? Die schwarzen oder die rosanen? Das hier sind die schwarzen. Und jetzt kommen die rosanen. Einfach bitte in den Chat. Danke. Ebenfalls im Mai wird eine Mail des FIFA-Generalsekretärs geleakt, in der er bestätigt oder zumindest angedeutet haben soll, dass die WM 2022 gekauft war. Und das bleibt nicht ohne Reaktion. Am 1. Juni spricht sich Theo20er dafür aus, dass die WM-Vergabe nochmal komplett geprüft wird. Und das hat dann zur Folge, dass sich die FIFA nochmal neu strukturiert. Auch der Ethikrat neu besetzt wird. Aber geprüft wird erstmal nichts. 2013 kommen dann durch France Football neue Details ans Licht. Auf Drängen von Staatschef Sarkozy soll Michel Platini auch seine Stimme für Katar verwendet haben. Und zwar... Warte mal. Am 1. Dickes Shoutout. Auch auf jeden Fall hier an Kuchen. Korrekter, korrekter Dude. Und ich freue mich, wenn du mal bald wieder zu... Ah. Am 1. Am 1. Am 1. Bock auf den. Der hustet mich auch nicht mehr. Ich kann mich bei ihm nicht mehr hochziehen. Einfach nur deswegen, weil es angeblich aus Katar Zusicherungen gab, dass wenn die Stimme an Katar geht, der französische Fußball von Katar ein paar nette Sümmchen bekommt. Später im Jahr besteht... Ja, guck mal. Ich meine, das musst du dir überlegen. Es ist ja schon bewiesen, dass sie sich die WM gekauft haben. Und anstatt, dass man dagegen so vorgeht, sage ich mal, dass man halt sagt, okay, die haben die halt bestochen. Die verlieren die WM wieder. Das ist ja komplett normal, wer. Egal, wo rauskommen würde, dass irgendwas mit Korruption passiert ist, außer in der Politik vielleicht, würde gesagt werden, okay, nein, du verlierst dein Recht, du startest halt nicht. Außer beim Fußball. So, da sagt man jetzt, so, nö, ist trotzdem halt in Katar. Das ist so bitter. Und wenn man dann noch überlegt, was für ein Land das ist. So. ...dich dann Sepp Blatter, dass verschiedene europäische Regierungschefs ihren stimmberechtigten Mitgliedern gesagt haben, aufgrund von wirtschaftlichem Interesse doch bitte ihre Stimme an Katar zu geben. Explizit genannt werden Deutschland und Frankreich. Die wohl umstrittenste Vergabe einer WM-Endrundenaustragung wird totgeschwiegen. Bis 2020. Dort kommt nämlich eine Anklageschrift aus den USA. 70 Seiten über Bestechung von 4 Ex-Funktionären geleakte Mails, die eigentlich bestätigen, dass das Ganze nicht mit rechten Dingen zugegangen ist und sogar Beweise für Zahlungen auf dubiose Konten in der Karibik. Doch es gibt eine Gewissheit. Selbst diese Anklageschrift wird keine Neuvergabe nach sich ziehen. Selbst diese mutmaßlich sehr, sehr guten Beweise reichen nicht, um Katar als WM-Austragungsort zu streichen. Denn das Verfahren wird zu lange dauern und was wichtiger ist, zumindest für die FIFA, die finanziellen Folgen wären nicht tragbar. Und deshalb wird es in keiner Welt passieren, dass Katar 2022 nicht der WM-Austragungsort wird. Und dazu kommt, der Ethikrat der FIFA hat keine Verstöße gegen relevante Regeln und Regulierungen feststellen können. Es wurde also noch nicht genug korrumpiert und bestochen. Das ist krass. Nach dieser ganzen Farce ist es schon ein kleiner bis mittlerer Skandal. Aber was noch viel, viel schlimmer ist, dass alles, was dann noch dazu kommt, was ich euch gleich präsentieren werde, entweder von den Verantwortlichen unter den Tisch gekehrt wird oder noch viel schlimmer, verharmlost wird. Angefangen damit, dass Katar unfassbar viele Gastarbeiter hat. Und wenn ich unfassbar viele sage, dann meine ich wirklich, wirklich, wirklich unfassbar viele. Es wird sogar davon gesprochen, in Statistiken, von 88 bis 95 Prozent. Und das wäre die höchste Prozentzahl in der ganzen Welt an Gastarbeitern. Auf 230... Gut, was jetzt natürlich erst mal kein Problem ist, muss man sagen, als man sich Gastarbeiter holt, ist ja erst mal kein Ding. Kommt halt darauf an, wie man die behandelt. Katar ist halt ein kleines Land, da ist es prozentual natürlich schnell, kommt man da hoch. 1000 Einheimische mit Staatsbürgerschaft in Katar folgen 1,6 Millionen Gastarbeiter. Und diese Zahl ist einfach unfassbar. Und es wäre auch gar nicht so schlimm, wenn es nicht das Kafala-System geben würde. Im Kafala-System ist es nämlich so, dass die Verantwortung für die Arbeitsmigranten nicht mehr allein beim Staat liegt, sondern vor allem bei den Einheimischen. Heißt im Klartext, wenn du als Gastarbeiter nach Katar gehen willst, brauchst du jemanden, der für dich bürgt und der dann eben für dich verantwortlich ist. Weil dieser Bürger meistens gleichzeitig der Arbeitgeber ist und dann natürlich auch die Arbeitsbedingungen bestimmen kann, ist der Gastarbeiter komplett von ihm abhängig. Und das wird in großen Teilen der Welt als moderne Sklaverei betitelt. Und weil der Arbeitgeber eben für alles verantwortlich ist, wird diese Position oft missbraucht. Verspätete oder gar nicht gezahlte Gehälter, hungernde Gastarbeiter, unmenschliche Arbeitsbedingungen, unhygienische Wohnungsbedingungen, ausbleibende Lebensmittelversorgung bis hin zu häuslicher und teilweise auch sexualisierter Gewalt. Denn es gibt nicht nur Gastarbeiter zum Beispiel auf dem Bau, sondern eben auch Haushaltshilfen, die dann meistens weiblich sind. Und das hat drastische Folgen. Das ist halt schon krass, dass sowas interessiert einfach keinen. So ist es wirklich egal. Das ist für jede Nationale, eben müssen wir nur legen, jeder, der in der Nationalmannschaft ist und jeder, der auftreten wird, der da ein Spiel spielt, steht dahinter. Laut einer Statistik des Guardian gab es seit der WM-Vergabe 2010 allein in Katar über 6700 tote Arbeitsmigranten und das allein aus den Ländern Indien, Pakistan, Nepal, Bangladesch und Sri Lanka. Nicht eingerechnet sind dabei Gastarbeiter aus anderen Ländern, zum Beispiel eben auch aus Afrika. Die Dunkelziffer ist also noch viel, viel höher. Oder könnte noch viel höher sein. Zwei Beispiele werden vom Guardian genannt. Ja gut, bei sowas finde ich übrigens so als Schnitt einfach mal, pack das doch einfach ins untere Drittel und mach keine Unschärfe drüber. Ich meine, das sind drei Zeilen, die kann man noch so lesen, wenn man das sieht. Über 1000 Pfund zahlen, um überhaupt in Katar arbeiten zu können. Das Land Afrika, man kennt. Eine Woche hielt er es dort aus, dann bin er Selbstmord. Mohammed Jahiniya aus Bangladesch wurde in seiner Unterkunft von einem Elektroschock getötet, nachdem Wasser in Kontakt mit offen liegenden Elektrokabeln kam. Der internationale Gewerkschaftsverbund ITUC spricht wegen der Arbeitsbedingungen im Wüstenstaat von einem Sklavenhändlerstaat. Um die Infrastruktur zu bauen, würden wahrscheinlich mehr Arbeiter sterben als die 736 Fußballer, die bei der WM auf dem Rasen stehen. Und auch die Menschenrechtsorganisation Amnesty International stellt in Katar ein alarmierendes Ausmaß an Ausbeutung bis hin zu Zwangsarbeit fest. In einer Untersuchung prangert Amnesty an, dass die Rechte von Arbeitsmigranten in einem Golfstaat systematisch verletzt werden und wurden. Und hier kommt jemand rein, der zu allem und jedem eine Meinung haben muss. Karl-Heinz Rummenigge. Und was der zu den Menschenrechtsverletzungen der Gastarbeiter in Katar zu sagen hat. Ich glaube, das hatte ich auch in meinem Video schon. Haltet euch fest. Bei Katar muss man berücksichtigen, dass es ein relativ junges Land ist. Man muss, was Menschen- und Arbeitsrechte umgeht, Geduld haben. Es ist eine andere Kultur. Es ist eine andere Religion. Ja. Ich meine, das müsst ihr euch wirklich einfach mal so überlegen, dass er sich der Entschuld sagt, ja gut, man muss ein bisschen Geduld haben. So, hä? Digga, also, es entwickelt sich jetzt ja so gesehen nicht jedes Land für sich, sondern, also, wir Menschen entwickeln uns ja grundsätzlich weiter. Also, man weiß ja schon, dass man jetzt keine Menschen versklaven sollte. So, es ist ja nicht so, dass ein Land erst checken muss. So, ah, es ist doch nicht korrekt, irgendwelche Menschen zu versklaven. Wirklich, es ist so traurig. So, ihm würde ich es wirklich mal wünschen, dass er selber unter solchen Lebensumständen da leben und arbeiten muss. Und dann will ich ihn sehen, wie er das nochmal sagt. Wie er als Gastarbeiter da selber arbeitet und sagt, na gut, man muss Geduld haben. Das ist ein junger Staat, das ist eine andere Religion, alles gut. So, ja, was ist auch für eine Meinung, ne? Ja, das ist eine andere Kultur. Ja, und dann sind Menschenrechtsverletzungen okay, oder was? Hä? Katar ist ein moderner Sklavenstaat, der die Rechte von Gastarbeitern mit Füßen tritt und sogar in Kauf nimmt, dass die Menschen sterben, nur damit man billige Arbeitskräfte bekommt. Was denkt sich Karl-Heinz Rummenigge, dieses Land und das System auch noch zu verteidigen? Man kann doch nicht nach Katar gucken und denken, ja, das ist halt die Kultur, dass da Menschen sterben, da kann ich nichts für. Wer hat dem ins Gehirn geschissen? Aber er ist der festen Überzeugung, dass Katar ein super Land ist, das einfach nur ein bisschen Zeit braucht. Seit Katar den Zuschlag für die WM 2022 bekommen hat, entwickelt sich dieses Land. Katar ist schon ein gehöriges Stück nach vorne gekommen. In Katar werde bald ein Mindestlohn eingeführt. Man sei bei einem permanenten Dialog. Aber der Fußball kann die Welt ein Stück verbessern, aber er kann nicht die ganze Welt verbessern. Der Fußball kann vielleicht nicht die ganze Welt verbessern, aber er kann definitiv ein Land, was teilweise in ihrer Kultur immer noch im Mittelalter stehen geblieben ist, nicht mit dem größten fucking Sport-Event der Welt unterstützen. Gut, die Rechte von Gastarbeitern werden mit Füßen getreten. Das ist abgehakt. Gucken wir doch mal in andere Teile der Gesellschaft. Wie läuft es denn da? Zum Beispiel bei den Frauenrechten. Wir fangen an bei der World Series im Frauenvolleyball. 2021 wird diese nämlich in Doha stattfinden. Die letzten sieben Jahre fanden die Männerturniere dort auch schon statt. Jetzt eben zum ersten Mal das auch der Frauen. Ist doch ein super Schritt, oder? Naja, fast. Denn die Regierung findet die Outfits, in denen Volleyball bei Frauen gespielt wird, nicht wirklich toll. Beachvolleyball wohlgemerkt. Denn beim Beachvolleyball kommt es vor allem auf zwei Sachen an. Viel Bewegungsfreiheit und auch unfassbare Hitze. Denn das Ganze wird meistens draußen gespielt. Und eben wegen der Bewegungsfreiheit und wegen der großen Hitze wird meistens in relativ knappem Oberteil und auch sehr kurzer Hose gespielt. Kataktsbehörden forderten aber nun eine Kleiderverordnung bei diesem Turnier, die besagt hätte, dass man Shirts und knielange Hosen hätte tragen sollen. Da haben sich dann aber einige Volleyballerinnen dagegen gestellt. Unter anderem die deutschen Beachvolleyballerinnen. Und so wurde diese Regel schnell wieder gekippt. Einen weiteren Aufreger gab es... Ja, das musst du dir wirklich einfach mal überlegen, wie rückständig die jetzt sind. Frauen sollen da halt nicht zeigen, was... Also sollen da keine Haut zeigen. Obwohl der Katar weiß ja auch, dass es da, was weiß ich, 30, 40 Grad sind, dass sie da Sport machen, dass sie sich bewegen müssen so. Und dass Katar so mit Frauenrechten umgeht, so da beschwert sich keiner drüber, Digga. Es tut so weh, ehrlich. FIFA-Club-WM, wo der FC Bayern ja den Titel gewonnen hat. Am Ende bei der Medaillenvergabe wurden unter anderem auch die Schiedsrichter und auch die Schiedsrichterinnen geehrt. Die Schiedsrichter haben eine Medaille bekommen und dann noch einen Fistbump von Scheich Yorn bin Hamad bin Khalifa Tani, Chef des katarischen Olympiakomitees. Die Frauen haben ihre Medaille bekommen und sind straight an diesen Menschen vorbeigelaufen. Die beiden Schiedsrichterinnen, sowie auch einige Spieler und Teamoffizielle sind vorbei und nicht direkt auf alle entsprechenden Personen bei der Siegerehrung zugegangen. Der Ablaufplan war außerdem strikt geregelt. Gut, dann ist ja die Annahme, dass es aufgrund des Geschlechts der beiden Schiedsrichterinnen nicht zum Handschlag kamen, einfach so vom Tisch gekehrt und komplett zu ignorieren. Denn wir wissen ja alle, Katar ist nicht ein Land, das eigentlich als konservativ angesehen wird und wo die Männer den Frauen außerhalb der Familie eigentlich nicht die Hand geben, eben aufgrund ihres Geschlechts. Und das ist ja überhaupt nicht diskriminierend. Aber zum Glück können wir das jetzt ein für alle Mal klären und vom Tisch nehmen. Auf Nachfrage einiger Medien, ob dann nicht doch vielleicht der Grund von diesem verweigerten Handschlag das Geschlecht der Schiedsrichterinnen war, hat die FIFA dann kein Kommentar mehr gegeben. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Generell sieht es in Katar aber auch nicht so wirklich gut. Ja, dass so ein Land gepusht wird durch so ein Fußball-Event, ist wirklich absolut traurig, weil das Werte sind, die einfach in unsere Welt eigentlich nicht mehr gehören. Und trotzdem wird er einfach quasi dann kostenlos wer hat man dafür gemacht. Das ist wirklich, ist es traurig. Aus mit den Frauenrechten 2018 gab es einen Bericht von Amnesty International. Frauen wurden weiterhin durch Gesetze und im Alltag benachteiligt. Oh, danke schön, die Grünen, für die 10 Euro. Wollten nur ein paar neue Wählerinnen finden. Wirklich Eheschließung, Scheidung, Erbschaftsangelegenheiten, Sorgerecht für die Kinder, Staatsangehörigkeit und Bewegungsfreiheit diskriminierten die Frauen nach wie vor. Gut, also mit Menschen-, Arbeits- und Frauenrechten haben es die Kataris nicht so am Hut. Das sind ja eigentlich schon relativ viele Schichten der Gesellschaft, die dann eben diskriminiert werden. Gibt es noch eine andere? Gibt es noch andere Punkte, in denen man gesellschaftlich diskriminieren kann? Sagt es mir. Bam, 100 Punkte Homosexualität oder generell Sexualität in der Öffentlichkeit und öffentlich Zuneigung zeigen. Denn alles, was mit öffentlicher Zuneigung zu tun hat, sei es Küssen, Umarmen, Händchen halten oder eben auch Homosexualität, wird in Katar nicht gerne gesehen und teilweise sogar mit Strafen belegt. Wenn man jetzt überlegt, okay, andere Teile der Welt haben auch noch Probleme mit Homosexualität und der öffentlichen Wahrnehmung. Das ist auch so eine Sache, die ich halt nicht verstehe, weil keine Ahnung, was juckt es dich denn, ob da zwei Männer oder zwei Frauen miteinander rummachen oder nicht. Ey, lass doch einfach lieben, wer sich möchte. Es ist doch sowas von scheißegal. So, man hat doch gar nichts damit zu tun. So, wo ist denn der Nachteil für Katar, wenn, selbst wenn man sagt, okay, öffentlich dürfen die das nicht, ja, dann dutschen die sich da zu Hause gegenseitig ein. Wen juckt es denn so? Es kriegt doch keiner mit. Es kann doch allen egal sein. Ich verstehe sowas nicht, ehrlich. Warum auch immer. Dann kann man eventuell ein ganz kleines bisschen verstehen, warum Katar in diesem Punkt auch gesellschaftlich noch nicht so weit entwickelt ist. Aber das ist halt nicht mal das Einzige, was problematisiert wird, wenn man auf Sexualität guckt. Der Cheforganisator der Fußball-WM 2022 in Katar, Hasan Al-Tawadi, hat Besucher dazu aufgefordert, auf die Kultur des islamischen Landes Rücksicht zu nehmen. Katar sei wie große Teile der Welt konservativ, erklärt er am Samstag auf die Frage, ob homosexuelle Paare ihre Zuneigung auf den Straßen zeigen könnten. Es gehört nicht zu unserer Kultur, öffentlich Zuneigung zu zeigen, unabhängig von der sexuellen Orientierung, sagt er am Rande der Club-WM in der Hauptstadt Doha. Und wir bitten die Menschen, das zu respektieren. Das heißt also, selbst wenn du heterosexuell bist, darfst du nicht auf öffentlicher Straße mit deinem Partner oder deiner Partnerin Händchen halten, küssen, umarmen. Wo geht's los? Wo fängt's an? Wo hört's auf? Wo sind die Grenzen? Ich verstehe das Ganze nicht. Aber nicht nur, dass Katar, das Land an sich, die sexuelle Freiheit einschränkt. Nein, Sepp Blatter äußerte sich 2010 auch schon äußerst kontrovers dazu. FIFA-Chef Sepp Blatter hat Schwulen und Lesben empfohlen, bei einem Besuch der WM 2022 im Emirat Katar auf Sex zu verzichten. Er reagierte damit auf die Frage einer Journalistin auf einer Pressekonferenz in Johannesburg, die sich nach dem Wohlbefinden von schwulen und lesbischen Fans bei der WM in Katar erkundigt. Das ist so krass, oder? So, anstatt, dass man, also, ich meine, es ist ja so dumm, dass man das Paaren verbieten möchte oder dass man bestimmte Sexualitäten verbietet. So, und dann gibt man so einem Land so eine WM und anstatt zu sagen, nein, ey, so, die haben sich da sicher, also, die Leute sollten da sicher sein bei so einer WM, das ist ein, also, Fußball ist ein toleranter Sport. Jeder darf da mitmachen, egal welche Hautfarbe, sexuelle Orientierung oder Herkunft der hat oder whatever. So, und genauso wird auch jede sexuelle Neigung akzeptiert. Ähm, und wenn Katar die Antwort, äh, die WM austragen muss, dann muss ich auch damit klarkommen, dass es halt, äh, sehr viele Menschen gibt mit verschiedenen, äh, Vorlieben, sag ich jetzt einfach mal. So, und anstatt, dass man solche Leute unterstützt, werden die noch gesagt, nein, lass das mal lieber so. Das ist wirklich, das ist alles krass, Digga. Das ist so... Schließlich sei Homosexualität dort verboten. Die Frage führte zunächst zu Gelächter bei Blatter und im Publikum. Als der Pressereferent schließlich schon um die nächste Frage bat, erklärte der offensichtlich amüsierte Schweizer, ich würde sagen, sie sollten sich von sexuellen Aktivitäten fernhalten. Später erklärte er, wir sind offen für alles und jeden, ob rechts, links oder was auch immer. Wenn Schwule und Lesben ein Spiel irgendwo in Katar 2022 ansehen wollen, dann werden sie mit Sicherheit hereingelassen. Die schwulenfeindliche Gesetzgebung stort bei dabei auf den Islam. Das ist eine andere Kultur, weil es eine andere Religion ist. Im Fußball kennen wir aber keine Grenzen. Wenn aber eine Kultur nicht vereinbar ist mit den Werten des Fußballs, warum dann in diesem Land eine WM stattfinden lassen, dass diese Kultur so sehr lebt und dann eben mit der Weltoffenheit des Fußballs kollidiert. Fußball ist für alle da, egal welche sexuelle Orientierung, Geschlecht, Hautfarbe, etc., etc., etc. Aber warum lassen wir in einem Land, das all diese Merkmale immer noch diskriminiert, eine WM stattfinden? So, jetzt müssten wir eigentlich genug Punkte haben, um guten Gewissens sagen zu können, die WM 2022 muss komplett boykottiert werden, ist nicht tragbar für eine westliche Gesellschaft und generell den Fußball an sich. Eigentlich dürften keine Fans dorthin reisen, keine Touristen, keine TV-Übertragungen, die Mannschaften müssten boykottieren und generell dürfte eigentlich die FIFA auch nicht sagen, das Ganze ist vollkommen okay. Wir dürfen diesem Staat, der in fast jedem Punkt gesellschaftlich und kulturell gesehen einfach komplett rückschrittlich ist, keine Bühne für Selbstdarstellung geben. Niemals. True. Das Problem ist, Fußball ist der weltweit wohl beliebteste Sport und selbst wenn es einige von uns schaffen würden, die WM komplett zu boykottieren, würde das immer noch nicht reichen, um ein großes Zeichen zu setzen. Denn zum Beispiel RTL in Deutschland will ja mit den gekauften Rechten auch so viel Geld machen wie möglich. Und da ist allein eine TV-Übertragung, die nicht stattfindet, gar nicht möglich. Die Verbände der Länder der WM möchten natürlich bei der WM mitmachen, so weit kommen wie möglich, vielleicht ein paar Preisgelder kassieren, vom Prestige bei einer WM mitzuspielen, ganz zu schweigen. Zusätzlich wäre ein Boykott eines Fußballverbands natürlich der FIFA auch ein Dorn im Auge, mal abgesehen davon, dass es höchstwahrscheinlich illegal ist und große Strafen mit sich ziehen würde. Man riskiert dabei auch bei späteren WMs eventuell nicht mehr berücksichtigt zu werden. Wir als Zuschauer können auch nicht... Jetzt bräuchte man sowas wie eine Super League von den ganzen Nationalmannschaften, die einfach ihre eigene WM starten. Wirklich viel mehr machen, außer eben diese WM nicht zu schauen. Und da ist schon das größte Problem. Die Mehrheit wird es trotzdem gucken. Ich glaube, wir sind so hart in der Minderheit, dass wir nicht mal auf ein Prozent kommen würden von den Leuten, die das gerne boykottieren würden. Das heißt also, die FIFA kehrt alles um. Ja, ich denke halt auch. Also es gibt zwar viele kritische Stimmen, aber ich glaube, wenn es dann halt wirklich läuft, dann werden die Leute trotzdem vor ihrem Fernseher oder Computer oder sonst irgendwas sitzen und halt trotzdem zuschauen. Weil, ja, man darf halt nicht vergessen, es ist halt immer noch eine Weltmeisterschaft. Da spielen theoretisch die besten Mannschaften der Welt gegeneinander. und ja, also ich glaube nicht, dass da jemand nicht zu guckt. Also natürlich, ich werde zum Beispiel auch nicht gucken so, aber wie er sagt, also ich glaube, es sind die wenigsten, die das dann boykottieren. Ich glaube, viele werden das nicht gut finden und werden sich am PC aufregen oder am Fernseher, aber ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die es dann wirklich gar nicht gucken. Also unter den Tisch und die Verbände, die Mannschaften und auf die Zuschauer, auf sie kann man nicht wirklich zählen. Am Ende wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es, ja. Man muss den Islam akzeptieren, so sind nun mal die Regeln dieser Religion. Ähm, nein Bruder, man darf, äh, man muss Toleranz, ähm, sollte man auf jeden Fall verteidigen und du kannst Intoleranz aufgrund von Geschlecht oder sexueller Orientierung nicht auf die Religion schieben, Bruder. Das geht überhaupt nicht. Du kannst Menschen nicht anders behandeln, und das mit Religion rechtfertigen. Was ist das denn für eine dumme Aussage? Normal verlaufen wird. Vielleicht bis auf ein oder zwei Proteste. Und das ist wahrscheinlich das Beste, was wir machen können, in Katar selbst darauf aufmerksam machen, wie schlimm es dort eigentlich ist. Denn die Presse wird dort sein und mit Presse kommen Storys. Und diese Storys können wir beeinflussen mit Plakaten, Aktionen, was weiß ich. Da gibt es aber ein riesiges Problem. Denn so wie der Staat allein schon die Menschen behandelt, die aus diesem Land kommen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da nicht unfassbar hart von Polizei und Staat durchgegriffen wird, wenn das Image auch nur irgendwie zu Schaden kommen könnte. Proteste werden wahrscheinlich im Keim erstickt und jegliche Anti-Katar-Aktionäre werden höchstwahrscheinlich mit hohen Strafen belegt, wenn nicht sogar im Gefängnis landen. Also das ist jetzt wohl auch vom Tisch. Und wahrscheinlich fragt ihr euch, warum ich die ganze Zeit als Advokat hier stehe und predige, dass wir die WM boykottieren müssen, wenn ich doch sowieso zu 100% auch Watch-Alongs und Videos zu diesem ganzen Thema machen werde. Ganz einfach, wie so ziemlich alle Fußball-Medien, hängt mein Leben davon ab. Mein Geld, meine Miete. Naja, Digga, das ist in dem Jahr. Also du kannst hier immer noch was aufbauen, dass du halt die WM boykottieren kannst. Alles das hängt davon ab, ob ich das covere oder eben nicht. Bayern Football ist es eine komplette Firma mit über 200 Mitarbeitern, die allein davon höchstwahrscheinlich abhängig ist, von Werbedeals über Coverage bis hin zu generellen Deals um die ganze WM. Und ihr könnt euch vorstellen, wie es dann auf der gesamten Welt mit der Fußballbranche losgeht. Und ich schwöre, ich würde super gerne alles, was mit der WM 2022 zu tun hat, boykottieren. Aber das Problem ist, ich kann es mir nicht leisten. Und jetzt stehe ich natürlich als super krasser Hippokrit da, der euch erst sagt, okay, das ist alles scheiße und deshalb sollte man es boykottieren. Auf der anderen Seite sage ich dann, lol, nö, ich mache es trotzdem, fickt euch. Und ich habe da auch keine Ausrede für. Ich hoffe einfach, dass ihr das versteht, dass ich davon lebe und das nicht boykottieren kann. Aber ich hoffe auch. Ja gut, ich glaube, jetzt redet ihr nur noch davon. Ja gut, ich weiß, ich denke schon, dass man das trotzdem boykottieren kann. Also er könnte währenddessen auch locker andere Videos machen. Immer mal wieder Videos gegen Katar oder whatever. Das Video kam ja auch gut an. Würde seinem Kanal sogar wahrscheinlich mehr pushen. Also es gibt immer Möglichkeiten, das Ganze zu boykottieren. Einfach zu sagen, ja okay, ich lebe davon. Ich meine, er muss ja an dieser Zeit nicht nichts hochladen. Nur wäre es halt gut, nicht normal über die WM zu berichten, sondern halt super kritisch. Das wäre halt auf jeden Fall deutlich einfacher beziehungsweise besser. Also finde ich eher schwach. Ansonsten war das Video aber sehr gut.